Auf die Leiterkeit, auf die Leiterkeit, leichte Wiederschein, leichte Wiederschein, Die der Lade in der Lade, auf die Weiche, wenn du nicht in der Lade stürzt, und die der Lade in der Lade, auf die Weiche, wenn du nicht in der Lade stürzt, und wenn die Leute auf die Gute-Deutschland geeinigt werden, dann den Spannsbauung. An die Polizeikräfte, an die Leute vor der Polizeikette, bleiben Sie stehen, gehen Sie weiter zurück. An die Personen vor der Polizeikette, treten Sie zurück, ansonsten wird die Polizei zwangstwassern nicht einsetzen. Reiten Sie es ruhig und folgen Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Auf die Varikanen, auf die Varikanen, der Gott leistet wieder an, geben Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Auf die Varikanen, auf die Varikanen, der Gott leistet wieder an, geben Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Auf die Varikanen, auf die Varikanen, auf die Varikanen, der Gott leistet wieder an, geben Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Auf die Varikanen, auf die Varikanen, auf die Varikanen, der Gott leistet wieder an, geben Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Auf die Varikanen, auf die Varikanen, der Gott leistet wieder an, geben Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Auf die Varikanen, auf die Varikanen, der Gott leistet wieder an, geben Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Ja, weil David ins Bild gerannt ist. Auf die Marikalen auf die Marikalen, hier einem Friedrich im Norden. Ich bin hier einer Pfade, ganz Standard. Auf die Marikalen auf die Marikalen, hier einem Friedrich im Norden. Auf die Marikalen auf die Marikalen, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Personen vor der Polizeikette, sollten Sie weiter in Richtung der Polizeibeamten gehen, werden durch die Polizeibeamten Zwangsmittel eingesetzt. Halten Sie Abstand und folgen Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Halten Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Halten Sie den Anweisungen der Polizeibeamten. Sagt mal, David, du bist nicht ganz alleine. 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 Sagt mal, David. Sagt mal, David.